Herzlich Willkommen. Im heutigen Video zeige ich Ihnen eine tolle Möglichkeit wie Sie jetzt im Jahr 2015 alle Ihre Freunde zu einer Facebook-Fimepage einladen können. Bleiben Sie dran. Ja nochmal herzlich Willkommen zu diesem Video und ich möchte Ihnen jetzt hier zeigen wie meines Erachtens der einfachste Weg jetzt 2015 ist um alle seine Freunde bei Facebook zu einer Fanpage einzuladen und ich musste mich aus gegebenem Anlass damit beschäftigen weil wir jetzt in meinen Versicherungsunternehmen in denen ich hauptberuflich tätig bin jetzt auch ein bisschen auf Online Marketing setzen bei uns im Ort das kann nicht schaden denn das ist außer der Arbeitszeit eine kostenlose Werbung und jetzt musste ich mich damit befassen wie man jetzt hier bei Facebook bei einer Fanpage alle seine Freunde am besten auf einmal einlädt so eine Seite zu liken. Jetzt zeige ich Ihnen das es ist ganz einfach erstens was Sie brauchen ist der Chrome Browser. Also das geht nur mit Chrome da laden Sie sich einfach runter oder wahrscheinlich haben Sie kommen sowieso irgendwo in Verwendung auf Ihrem Computer und das ist mal der Schritt Nummer 1. Dann gehen Sie von Ihrem Privatprofil aus also hier oben ich bin jetzt hier eingeloggt mit meinem Privatprofil da gehen Sie auf die Fanseite auf die Sie eben Ihre ganzen Freunde einladen möchten. Das ist jetzt in meinem Fall hier die Fanseite der Bad Gößerer Versicherung und dann ist eigentlich ich nur folgendes zu tun Sie haben hier neben diesem Punkt Nachricht senden diese drei Punkte dann klicken Sie einfach drauf dann öffnet sich hier dieses Fenster und dann gehen Sie auf Freunde einladen. Wenn Sie das gemacht haben ist wichtig dass Sie oben alle Freunde durchsuchen stellen also das ist sehr sehr wichtig und der nächste Punkt ist Sie müssen hier mit diesem Regler ganz nach unten scrollen bis Sie am absoluten Ende Ihrer Freundesliste sind also ich mache das jetzt nicht ich habe zur Zeit über 2000 Freunde vor allem habe ich schon alle auf diese Facebook Frame Page eingeladen also Sie scrollen hier runter bis das ganze von alleine stehen bleibt bis Sie wirklich absolut am untersten Ende Ihrer Freundesliste sind. Das ist mal auch ein sehr sehr wichtiger Punkt. Danach machen Sie folgendes wenn Sie jetzt einen PC haben dann klicken Sie auf die Tastenkombination Ctrl Shift und gleichzeitig J wenn Sie das machen dann öffnet sich hier unten diese Konsole und alles was Sie dann noch tun müssen ist Sie kopieren den Code den ich Ihnen unten unter die Videobeschreibung reingepackt habe das ist so ein Javascript Code den kopieren Sie hier unten ganz einfach rein und dann klicken Sie enter und dann dauert es ganz einfach noch ein paar Sekunden ich klicke das jetzt hier wieder weg weil wie gesagt ich habe das schon gemacht dann dauert es ein paar Sekunden und dann werden Sie bei Ihrem Freundesfenster wo Freunde einladen jetzt gerade geöffnet war das bleibt ja bei Ihnen dann auch offen dann sehen Sie wie plötzlich alle bei mir war es so rot alle eingeladen werden das steht dann eingeladen und da sind wirklich alle zu dieser Seite eingeladen und ich konnte tatsächlich bereits nach zwei Tagen nur durch diese eine Funktion 85 gefällt mir sie herausholen und ich muss sagen ich habe durch meine Internet Marketing Tätigkeiten sehr viele Freunde und eigentlich die meisten hier drinnen die absolut mit dieser Seite nichts am Hut haben die können da gar nichts damit anfangen also von mir aus dem Ort habe ich wirklich nicht sehr viele Leute hier drinnen und ja trotzdem durch dieses System 85 gefällt mir schon herausgeholt nach zwei Tagen mit diesem einfachen Weg also das war es zu diesem Tutorial führen Sie es auch durch es ist wirklich einfach und gleich erledigt wenn es Ihnen gefallen hat würde ich mich bei diesem Video über ein gefällt mir freuen gerne können Sie auch meinen Kanal abonnieren das können Sie ganz einfach machen wenn Sie auf die Infokarte klicken und dann können Sie diesen Kanal abonnieren und bekommen immer die weiteren Updates meiner Videos gut das war es jetzt ich freue mich aufs nächste Video wiedersehen einen kleinen Moment noch am Abschluss dieses Videos habe ich noch ein tolles Geschenk für Sie nenne ich meinen kostenlosen Report 55 Ideen zur Content und Video Erstellung wer diesen Report in den Händen hält hat nie wieder irgendwelches Problem oder Probleme Content zu erstellen Videos zu erstellen man muss es dann einfach nur noch tun alles was Sie jetzt tun sollten auf den Link unter dem Video klicken und downloaden bis gleich